Was ich mit dir besprechen wollte, betrifft nämlich die Arbeit. Ja, das hast du gesagt. Worum geht's? Sie wischt sich mit dem Handrücken den Mund ab. Um einen Tipp, den ich bekommen habe. Aha. Worüber? Über den Terroranschlag im Dezember und die Ermittlungsarbeiten. Juncker horcht auf. Was soll mit den Ermittlungsarbeiten sein? Jemand hat sich mit Informationen an mich gewandt, die darauf hindeuten, dass gewisse Dinge geschehen sind, die anscheinend kein Tageslicht vertragen. Er schaut weg. Wer hat sich an dich gewandt? Martin, du weißt genau, dass ich dir das nicht sagen kann. Charlotte beugt sich vor und nimmt ihre currygelbe Tasche vom Boden. Sie pustet einige Croissant-Krümel von dem Leder und kramt eine Weile darin herum. Dann zieht sie ein Blatt Papier heraus und legt es vor ihrem Mann auf den Tisch. Juncker setzt seine Lesebrille auf und schaut auf den Ausdruck. Das Bildschirmfoto mit den beiden E-Mails. Sein Herzschlag beschleunigt sich. Und sein erster Reflex ist, das Papier sofort wieder wegzulegen. Doch damit würde er zu erkennen geben, dass er die Mails nicht zum ersten Mal sieht. Also gibt er vor, das Bild sorgfältig zu studieren. Er spürt, wie Charlotte ihn mit Argus-Augen beobachtet, hat aber keine Lust, ihrem Blick zu begegnen. Sein Hirn arbeitet auf Hochtouren. Er muss sich sammeln und die in ihm aufsteigende Unruhe kontrollieren. Aha, und was soll das sein? Fragt er schließlich und bemüht sich, eine möglichst ausdruckslose Miene aufzusetzen. Tja, also so ganz spontan, spöttelt sie, sieht es aus wie das Foto eines Bildschirms mit einer E-Mail, in der eine Person eine andere davor warnt, dass irgendetwas in Kopenhagen geschehen wird. Laut meiner Quelle ist damit der Terroranschlag gemeint. Und dann beantwortet eine zweite Person diese E-Mail mit dem Bescheid, dass sie sich darum kümmern werde. Würdest du es nicht auch so lesen? Sie greift nach ihrer Tasche. Darf ich eine rauchen? Nein. Und wenn ich ans Fenster gehe? Nein. Können wir uns dann auf die Terrasse setzen? Nein. Charlotte schaut ihn an und schüttelt kaum merklich den Kopf. Erstens können sich die beiden E-Mails auf Gott weiß was beziehen. Zweitens ist heutzutage jeder Teenager in der Lage, ein paar E-Mails zu fälschen. Ist das alles, was du hast? Fragt er. Wenn Charlotte anfängt, ihre Nase in diese Sache zu stecken, werden alle Beteiligten glauben, er sei ihre Quelle. Und sie haben getötet, um es geheim zu halten. Sie werden nicht zögern, es wiederzutun, denkt er, und spürt ein Gefühl, das er sonst nur sehr selten hat. Angst. Ja, vorläufig, antwortet Charlotte. Kann ich es also so verstehen, dass du diese beiden E-Mails noch nie gesehen hast? Und auch noch nie davon gehört? So ist es, lügt er. Er weiß, dass es zuzugeben und sie gleichzeitig zu bitten, sich aus der Sache rauszuhalten, dem Versuch gleich käme, ein Feuer mit Benzin zu löschen. Sie schaut ihn durchdringend an. Dann nickt sie langsam, nimmt das Blatt Papier und steckt es zurück in ihre Tasche. Und jetzt geht es um den Vögel.